Hinten durchstrecken, wieder wechseln, Eindrinn aufdrehen, hast die Beine fest. Wie sind denn deine Eindrücke hier bisher? Ja, wir waren ja jetzt schon die letzten Jahre auch hier und das Wetter ist prima, die Plätze sind gut, wir haben gute Bedingungen und können hart arbeiten. Ist dir ein bisschen langweilig, weil du ja alles kennst oder ist es eigentlich was Gutes, weil man ja weiß, wo alles ist? Ja, es ist schon ein Vorteil, wenn man alles kennt, das Hotel ist jetzt auch nicht klein und man kennt die ganzen Abteilungen hier, die letzten Jahre waren auch hier sehr erfolgreich, wir haben hier immer eine gute Zeit gehabt und man hat es nicht weit zum Meer, das ist auch immer schön. Was habt ihr denn vor, was macht dich denn sicher, dass es klappen wird am Ende zwei oder am besten drei Mannschaften hinter euch? Ja, ich glaube, ich spreche halt für alle Darmstädter auch, so wie auch in den letzten Jahren, unsere Tugenden ja auch in die Saison packen, in die Rückrunde packen mit aller Kraft, die wir haben, auch vom Umfeld, was in der Mannschaft steckt, alles raushauen mit, ja, mit Leidenschaft spielen, mit voller Überzeugung und so viele Punkte jetzt wie möglich in die Rückrunde zu holen, was ganz wichtig ist. Ganz wichtig ist der Auftakt jetzt, da möglichst gut in die Rückrunde reinzukommen und haben jetzt nicht mehr allzu lange Zeit und deswegen müssen wir hart arbeiten.